Ein Fach in der Schule mit vielen Zahlen. Ja, wie man diese Zahlen dann rüberbringt in der Schule. Ah ja, bei diesem Hassfach kann man auch... Und jetzt? Lächeln? Aber das habe ich voll gerne gemacht in Mathe. Sehr gut. Ja, 49 Mal hat unsere Jahrestagung bereits stattgefunden. Frage, welche Stadt richtet die 50. aus? Wo sind wir hier? Da, wo wir gerade sind. Eine der schönsten Städte. Eine sehr schöne Stadt, in der man gut studieren kann. Baden-Württemberg schönste Stadt. In der schönsten Stadt Deutschlands. Na klar. Wunderschön. Wunderschön. Tolle Altstadt auf jeden Fall. Und die Neckar. Ja, also super Wetter immer. Die schönste Stadt der Welt. Ah, schönste Stadt der Welt. Wunderschön. Ja, Neckar und so. Die 50. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik findet an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg statt. Vom 7. bis 11. März 2016. Das Institut für Mathematik und Informatik heißen Sie alle recht herzlich willkommen bei unserer Jubiläumstagung. Um vollständiges Erscheinen wird gebeten. Übrigens, hatten wir schon erwähnt, wo? In der schönsten Stadt Deutschlands. Nach leva. Na klar. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017